Sicherlich haben die meisten mittlerweile mitbekommen, dass innerhalb der letzten Wochen mehrere hunderttausend Hektar Regenwald im Amazonasgebiet verbrannt sind. Tausende Waldbrände gibt es da Jahr für Jahr immer und immer wieder aufs Neue. Allerdings ist das Jahr 2019 nach einer anhaltenden Trockenperiode, die jetzt auch noch eine ganze Weile dauern wird, eines der deutlich schlimmeren für den Amazonas-Regenwald. Und um diese Brände jetzt ordentlich bekämpfen zu können, werden natürlich auch Hubschrauber und Flugzeuge eingesetzt. Und wenn es einen guten Grund gibt, und den guten Grund, den gibt es mittlerweile, dann wird auch das Größte seiner Art mal wieder aus der Halle geholt. Und dieses besondere Flugzeug, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe gestern einen höchst interessanten Tweet gelesen und da haben sich Leute darüber unterhalten, ob man denn jetzt mit Lieferschwierigkeiten bei Amazon aufgrund des Brandes rechnen muss. So viel an der Stelle schon mal vorweggenommen. Muss man nicht. In den letzten Tagen bekommt man im Internet, aber auch in allen möglichen Zeitungen immer wieder interessante und sehr beeindruckende Zahlen um die Ohren geschmissen. Beispielsweise sei der Amazonas-Regenwald für gut 20% der weltweiten Sauerstoffproduktion verantwortlich. Und natürlich ist es nicht gut und sehr traurig, wenn dann da ein Wald brennt, der für gut ein Fünftel der weltweiten Sauerstoffproduktion verantwortlich ist. Aber das wirklich Unfassbare an diesen mittlerweile seit Jahresbeginn über 40.000 registrierten Bränden im brasilianischen Amazonasgebiet ist, dass ein Großteil dieser Brände ganz einfach selbst gelegt ist. Brandrodung nennt sich das und das macht man hauptsächlich, um Platz zu schaffen für Viehzucht und Landwirtschaft. Gut 60% des Amazonas-Regenwaldes liegen in Brasilien und davon wurde in den letzten 50 Jahren wohl bereits ein Fünftel durch selbst gelegte Feuer zerstört. Brasilien exportiert hauptsächlich Rindfleisch und Soja und beides benötigt eine ganze Menge Platz. Und diesen findet man eben im Gebiet des Regenwaldes. Das ist hervorragend einfach, überhaupt nicht nachhaltig, aber seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten gelebte Praxis dort. Joa, also haben die zahlreichen Waldbrände in den letzten Wochen und Monaten gar nicht unbedingt ihren Ursprung in einer Klimaveränderung, was nicht heißen soll, dass wir kein Klimaproblem haben. Die eigentliche Ursache ist jedoch viel eher in der Politik zu finden. Und jetzt trägt eine besonders ausgiebige Trockenperiode, in der das Brandroden übrigens verboten ist, die trägt jetzt natürlich nicht sonderlich dazu bei, dass sich die Brände schnell eindämmen lassen und außerdem lassen sich selbst gelegte Feuer durch diese Wetterlage auch sehr viel schlechter kontrollieren. Und so brennt dieses nicht gerade kleine Waldgebiet da unten fleißig vor sich hin und während sich tausende Menschen überall auf der Welt Gedanken darüber machen, wie man das Feuer jetzt schnellstmöglich bekämpfen kann, zünden Einzelne den Regenwald an anderen Stellen oder dann vielleicht ganz einfach im nächsten Jahr halt wieder an. Und das kann ja so natürlich auch nicht sein. So viel erst einmal dazu. Wollte ich nur kurz gesagt haben, ändert aber natürlich überhaupt nichts an der Tatsache, dass da unten Feuer brennen, die jetzt gelöscht werden sollten. Und das kann man wahrscheinlich auch ganz offen sagen, ein Großteil dieser Feuer wird höchstwahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen brennen und dann, so wie in jedem anderen Jahr davor auch, im Oktober oder im November durch ein feuchtes Klima und viel Regen von alleine verschwinden. Darauf kann man sich aber selbstverständlich nicht ausruhen. Und mittlerweile muss man nicht nur Teile des Regenwaldes schützen oder den Regenwald an sich schützen, sondern natürlich auch tausende Tiere und mittlerweile auch vereinzelt schon Menschen, bei denen ein unkontrollierter Waldbrand quasi direkt vor der Haustür steht. Die verschiedenen Länder müssen jetzt reagieren. Gestern haben beispielsweise die G7-Staaten beschlossen, dass sie schnellstmöglich handeln und unterstützen möchten. Wie genau das dann aussehen wird, das sehen wir in den nächsten Tagen, hoffentlich. Und währenddessen kommt auch Brasilien langsam aber sicher in die Spur. Mittlerweile ist auch das brasilianische Militär an den Löscharbeiten beteiligt. Die löschen hin und wieder mal ein Feuer mithilfe ihrer C-130 Herkules. Für uns, für dieses Video jetzt besonders interessant ist allerdings Bolivien. Und auch wenn nur ein geringer Prozentsatz des Amazonas innerhalb der bolivianischen Landesgrenzen liegt, brennen auch da tausende Quadratkilometer Regenwald. Und ein großer Waldbrand rechtfertigt sicherlich auch irgendwann ein großes Löschflugzeug. Und so hat die bolivianische Regierung vor einigen Tagen das größte Löschflugzeug der Welt nach Südamerika geordert. Seit drei Tagen ist das Flugzeug jetzt dort und geht viermal täglich vollbeladen raus, um Feuer zu löschen. Bei der Maschine handelt es sich natürlich um die Boeing 747-400 der US-amerikanischen Firma Global Supertanker Services. Unter dem Namen Supertanker gab es bereits mehr als ein Flugzeug. Also es gab bereits mehr als einen Jumbo, der als Löschflugzeug unterwegs war. Das erste wirklich einsatzfähige Exemplar flog dann auch unter dem Dach des Unternehmens Evergreen. Und dabei handelte es sich um eine 1970 gebaute Boeing 747-100. Dieser speziell umgebaute Jumbo wurde im Jahr 2009 fertiggestellt und daraufhin für zwei Großbrände eingesetzt. Das über 40 Jahre alte Flugzeug dann aber dauerhaft quasi im Standby zu halten, die Maschine immer betriebsbereit zu lassen, erwies sich aus finanzieller Sicht nicht sonderlich einfach. Und die Maschine wurde daraufhin im Jahr 2011 abgestellt und mittlerweile verschrottet. Zwei Jahre später musste das Unternehmen Evergreen dann auch jegliche Luftfahrtaktivitäten einstellen. Grund dafür, es gab ganz einfach kein Geld mehr dafür. Das neue Unternehmen Global Supertanker Services übernahm dann einen 747-400 Frachter aus dem ehemaligen Bestand der Evergreen und damit ja schon auch irgendwie die Aufgabe, jetzt wieder das weltweit größte Löschflugzeug zu betreiben. Die heute fast 28 Jahre alte Boeing 747-400, die 1991 eigentlich als Passagierflugzeug an Japan Airlines ausgeliefert wurde, die wurde dann aufwendig für 40 Millionen Dollar mit dem System ausgestattet, welches man vorher auch schon in der Evergreen 747-100 hatte. Die Tanks und die Leitung und die Vorrichtung, das wurde alles aus der alten 747-100 übernommen. Das Flugzeug bzw. der leere Rumpf, die leere Flugzeugzelle wurde daraufhin wie gesagt verschrottet und die neue 747-400 bekam damit die Fähigkeit jetzt über 77.000 Liter Wasser oder eben Löschmittel tragen zu können. Damit ist diese 747-400 deutlich fähiger als die davor größten Löschflugzeuge der Welt vom Typ DC-10. Davon gibt es heute noch vier von ehemals fünf umgerüsteten Maschinen, die eine Kapazität von insgesamt 45.000 Litern Wasser oder eben Löschmitteln haben. Die 747-400 der Global Supertanker Services war dann im Jahr 2016 das erste Mal einsatzbereit, wurde dort auch zertifiziert und war danach bei Waldbränden in Chile, in Israel und 2017 auch bei den großen Waldbränden in Kalifornien im Einsatz. Und ansonsten wartet auch dieses Flugzeug ganz einfach darauf, dass irgendwo mal wieder richtig viel Wald brennt. Damit diese Maschine eben nicht im Dauerstandby stehen muss, können Regierungen oder theoretisch auch Unternehmen oder wer auch immer einen sogenannten Call-when-needed-Vertrag unterschreiben. Das bedeutet, dass das Flugzeug daraufhin in Bereitschaft ist und laut Aussage des Betreibers innerhalb von zweieinhalb Stunden von ihrem Standort aus am Flughafen von Colorado Springs überall in den Vereinigten Staaten sein kann und innerhalb von 20 Stunden eigentlich überall an jedem Punkt auf der ganzen Welt. Und so kommt diese spezielle Maschine jetzt eben nach Bolivien und bekämpft dort die Feuer, die uns zum aktuellen Zeitpunkt so sehr beschäftigen. Die über 77.000 Liter Wasser oder eben Löschmittel, je nachdem was man getankt hat, kann die 747-400 über einen Bereich von 50 Meter Breite und bis zu 4,8 Kilometer Länge regnen lassen. Außerdem besitzt diese 747 die Möglichkeit, ihre acht Tanks hintereinander separat wie auch immer zu entleeren in irgendeiner Reihenfolge, so dass man die Schwerpunktlage, die sich verändernde Schwerpunktlage des Flugzeuges dauerhaft kontrollieren kann und dass man eben auch die Möglichkeit hat, mit einer vollbeladenen Maschine verschiedene Brandherde hintereinander abzufliegen. Wie lange das Flugzeug jetzt ganz genau in Bolivien bleiben wird, das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Allerdings kann man davon ausgehen, dass das Flugzeug dort höchstwahrscheinlich für mehrere Wochen stationiert sein wird. Ein Flug mit der 747-400, der Global Supertanker Services, kostet übrigens über 16.000 Dollar. Es ist schon mal eine ganze Menge, aber so wie es aussieht, hat die bolivianische Regierung einen Minimum 800.000 Dollar Vertrag unterzeichnet, was dann wiederum bedeutet, dass man davon ausgehen kann, dass das Flugzeug höchstwahrscheinlich mindestens 50 Mal vollbeladen in die Luft gehen wird, um Feuer zu bekämpfen. In dem Preis ist übrigens weder der Treibstoff für die 747 noch das Löschmittel an sich enthalten. Tja, das kommt dann halt nochmal oben drauf. Na gut, damit unterstützt diese spezielle 747 das größte Löschflugzeug der Welt, jetzt also zahlreiche weitere kleinere Löschflugzeuge und auch Löschhubschrauber in der Gegend. Die weit verbreitete C-130 Herkules, wie sie beispielsweise auch von den Brasilianern als Transportflugzeug verwendet wird, die hat als Löschflugzeug eine Kapazität von etwa 10.000 Litern. Das ist damit nicht einmal ein Siebtel der 747-Kapazität, dennoch ist die C-130 aber natürlich auch sehr viel flexibler einzusetzen als die 747. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ein Unternehmen aus Kanada, das beschäftigt sich zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Umbau von sechs gebrauchten ehemaligen Southwest 737-300 zu Löschflugzeugen. Diese Flugzeuge, von denen soweit ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt bereits drei Stück fertig umgebaut sind, haben eine Kapazität von etwas mehr als 15.000 Litern Wasser oder eben Löschmittel, müssen dabei aber, weil die 737 einfach ein sehr fähiges und leistungsfähiges Flugzeug ist, müssen dabei weder die Sitze im Hauptdeck des Flugzeuges noch die gute Reichweite von über 4.000 Kilometern einbüßen. 2018 wurde der erste sogenannte 737 Fireliner zertifiziert und in diesem Jahr konnte man vor wenigen Monaten gerade erst die erste Maschine des Typs, das erste Löschflugzeug von Typ 737, nach Australien verkaufen. Und gerade weil die 737 eben so ein leistungsfähiges Flugzeug ist und damit wie gemacht für diese Aufgabe, gerade aus dem Grund kann das Flugzeug wohl hin und wieder tatsächlich die etwas ältere C-130 Herkules ersetzen als Löschflugzeug. Und trotzdem, das ändert nichts daran, dass die Tankkapazität dieser 737-Löschflugzeuge ganze 60.000 Liter unter der der 747-400 der Global Supertanker Services liegt. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Großes Dankeschön geht heute noch raus an Oliver. Vielen lieben Dank an dich für deine großzügige und tatkräftige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr, das weißt du. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.